also gut 33 grad ein fettes bier als er erstmals fertig mit der welt aber hier geile gegend ganz chillig hier so da hockt man doch richtig schön schillig oder leute mit einer geilen aussicht hier oben sitzt man auch noch schön gemütlich wenn es hält alles gut hier wie gesagt hier der sand ist wie mehl also hier ist richtig geiler sand und leer so so wo haben sich die vögel vorstellt zuchtbild so leute keine menschen segel ganz relaxt polanta so freunde des guten geschmacks morgen nehmen wir einen roller da fahren wir mal die insel ab polanta die nächsten tage gehen wir mal nach pipi dom zum champsfront felsen und noch mal auf eine ganz ganz kleine insel da wo mittags der strom abgestellt wird hat leiner erzählt die liegen alle da drüben in der nähe dranbleiben ab und da lassen in diesem sinne so das war ja leger angesagt